hallo liebe freunde in jena also heute geht es richtig los raus aus der isolation also ich hoffe für euch dass es also eine befreiung ist von einer langen weile zu hause und mach was draus also ich bin raus aus meiner tonne und des wetters ja warm in der niederlande ich gehe gleich mal rein noch aber glückwunsch raus aus der isolation